Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Horizons Zero Dawn. Wir betreten die Wohnung und ruhen uns jetzt aus vorm Sturm. Vielleicht hätte man auch noch mal final speichern sollen. Das kann man vergessen. Was du hast? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Was denn? Die Totbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Helis! Nein! Versammel die Garde und schick Verstärkung! Helol! Oh nein! Wir brauchen die Waffen! Er wird dich erledigen! Nicht dieses Mal! Du, du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Warum kämpfst du? Das war's! Das Ende ist unausweichlich! Halt ihn auf Abstand! Akzeptiere es! Akzeptiere deine Schwäche! Auf dich wartet nur die Nacht! Alter! Schnell! Wenn die Totbringer weiterfeuern, stürzt die Brücke ein! Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden! Oh! 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 Oh. Oh. Oh! Oh! Oh 3! Oh! Das ist nicht gut. Wer bist du vor dem Schrecken der Sonne? Die, die dich vernichten wird. Alter. Da kann man keine Gnade walten lassen. Auserwählt. Hades wählte dich, weil du ein Dummkopf bist. Ein sadistischer Mörder, der nicht merkt, dass er nur benutzt wird. Du bist ein Versager. Und bald erinnert sich niemand mehr an dich. Kehr dein Gesicht zur Sonne und denk drüber nach! Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja. Einpusten hat man jetzt gehabt. Begib dich zum Berg. Dann mach mal das. Dann mach mal das. Begib dich zum Berg. Absolut kein Platz dafür. Für Meridian, halte die Stellung! Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone! Auf dem Platz. Oh! Die Maschinen kommt mit! Almost fine. Abgetrennt. Ah, ja, ja, ja. Ah. Das brauche ich. Ja. Oh Mann. So. Er kommt weg an. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss auf eine andere Block fahren. Oh. Das ist gut. Oh fuck it. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss noch ein bisschen in die Arm rennen. Oh. Im Auge behalten. Das ist gut. 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 Oh! 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 Er ist zu weit weg! Oh nö! Oh! 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 ja leute hilfst du hier oh Oh! 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 Oh, fuck! Oh. Oh. Oh, fuck it. Okay, okay. Hey, los, gimme ja. Oh. Oh, je, je, je. Alter, ich falle nur da runter. Alter, ich falle nur da runter. Hälfte, 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 Klasse hier. Hälfte, 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 K разм心. Hälfte, Hälfte, Hwarm F Stunden tiene member ог 7 raceods, man. I was alias mit violent Ges theories, so many contra contradictiums checklaws. Always bullying do I was like, If you wanted to take 660 раз, usually to speak, Lord? family門cio suppose to have 790 RM3 because we got everything to work, Äh. Eloy. 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 Deb. Bei der Urmutter du lebst. Ich dachte du wärst tot. Die anderen sind sie... Nein, nein. Zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm dieses... Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auftippen. Ich... muss gehen. So, hier ist ein guter Zeitpunkt. Um mal wieder... Folge zu beenden. Aber keine Sorge, es geht weiter. Ich bin der Fanggamer. Macht das gut. Bis dann und... Ciao. Tschau. Tschau.